Die offene Kirche zu Polno. Zu der Kirche im Dorfe Polno in der Gegend von Schlave war früher viele Jahre lang eine große Wallfahrt. Woher die zuerst ihren Grund genommen, weiß man nicht. Man sagt aber, sie sei so groß und anhaltend gewesen, dass man die Kirche niemals habe verschließen können. Daher hat man auch noch in Pommern das Sprichwort, es steht immer offen, wie die polnosche Kirche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017